In nur vier Wochen haben wir schon wieder eine komplett neue Season in Fortnite. Und zwar stattet da schon die zweite Season von Chapter 4. Man sollte sich diesbezüglich ein paar Gedanken machen, ob man mit seinem aktuellen Duo zufrieden ist oder man vielleicht dann doch wechseln sollte und mit ihm ein bisschen praktisen. Man trennt sich ja von seinem Duo-Mate nicht nur, weil der Duo-Mate zu schlecht ist oder man selber zu schlecht ist für den Duo-Mate, sondern weil man vielleicht unterschiedliche Zeiten hat, an denen man kann oder der eine Duo-Mate halt einfach viel, viel mehr grinden will als der andere. Und dementsprechend muss man ab und zu mal Duo-Mate wechseln. In diesem Video spiele ich zusammen mit Sunny in meinem neuen Duo-Mate und wir werden auch in der nächsten Season zusammen ein Duo bilden. Wir haben zusammen im Stream ein bisschen zusammengespielt. Wenn ihr uns zwei auch mal live sehen wollt, dann gerne den ersten Link in der Beschreibung abchecken. Da kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal, da heiße ich AlviVB und da gibt es so gut wie jeden Tag Streams. Wenn ihr den Content auf diesem Kanal supporten wollt, gerne den Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr auf dem Kanal. Und sonst, für den ultimativen Support, gerne den Creator-Code AlviVB im Itemshop benutzen. Es sind nur sechs Buchstaben, der Code ist super schnell eingegeben. Ihr müsst nur ganz kurz daran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Und sonst sind auch hier noch die Ehren-Supporter von euch eingeblendet, die mir auf Twitter oder auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code AlviVB im Itemshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Wenn ihr immer mal wieder eingeblendet werden wollt, dann müsst ihr mir auch immer mal wieder ein Bild zukommen lassen. Aber jetzt genug geredet, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem Runden zusammen mit Sunny. Let's go! Ein da! Wann bist du? Links. Deine AP. 1 auf 1. Minus 60 White. Ich bin 1. Ich muss tap, finde ich. Ich muss ihn holen. Hier, komm her. Er risked ihn. Ah, okay, nice. Es sind zwei Leute. Ja, bei mir. Ich beam ihn, ich kann ihn beamen, warte. Ich sehe den einen. Und er flanzig auf Aura. Beide cracked. Oh mein Gott. Dead. Nice. Deiner ist auch dran. 1 HP. Dark, bro. Und bei dir welche? Die Fahne ist getagged, also müssen nicht welche sein. Aber ich sehe hier bisher keiner. Das ist auch hier. Die sind da drin. Die haben mich aber noch nicht gesehen. Geht von links, okay? Der ist hier in der Reage hier. Der sieht mich? 60? Seht sie mich. Komm. Und, steht jetzt. Der Mate. Reboot da hinten. Wollen wir da hin einfach? Rio. Können wir hin? Oder 5? Wo ist er hin? Ah, hier. Jetzt haben wir es drauf. Beaming. Connected links. Oh mein Gott. Schon wieder so low. Ich habe so Edith Parkour gemacht auf die. Ja, ich auch. Ich glaube deswegen. Guck mal, wie die durchziehen sollen. Normal. Ah, nee, nee. Hier, hier. Ja, ich sehe es. Ja, ich glaube. Wir können von oben einfach runterbeamen, glaube ich. Das wird free. Wir gehen weiter, wem. Hey, hier, deine. 22. Fullbox. Nice. Set. Hast ihn? Nice. Ich habe den Hammer. Ja, wir sind hier oben, die anderen. Ja. Warte, hier kommen andere. 22. Ich komme. Hey, ich bin hoch. 150. There's one, den muss er haben. There's one. Immer noch. Wenn du in die Box kommst. Set. Nice. Stalk. Andere. Ich bin mir. Hammer. Ich habe den Hammer. Er ist drin. Ich gehe hoch mit dem Hammer. Er ist über mir. Geh hoch. Ja, mach. Ich gehe rein in die Box. Ja, mach. Bei mir ist alles nah. Mach einfach drüber. One HP. Oh mein Gott, Bro. One HP. Bei dir. Ich gehe holen. Er geht weg. Er geht weg. Der andere hier ist 1 AP. Okay, okay. Ich komme back. Ich komme back. Ich schicke kurz, wenn du kannst. Weil ich kann gerade nichts machen. Ich habe nur noch Holz zum Bauern. So ein paar mehr ist für mich. Er ist hier in der Metalbox. Hier, um mir, um mir. Schalte, schalte. Meine Roll. Das ist drin in der Box. Warte, warte. Meine Pum ist nicht nachgeladen. Oh mein Gott. Da oben waren noch so viele. Einer ist noch gedippt, ne? Okay, komm, lass dann. Hier ist ein Hammer für dich. Ich habe schon einen. Alles gut. Krass, du bist gelieb. Hä? Warte, wurde da gebaut? Ja, hier, guck mal, guck mal, guck mal. Hier in der Box. Ich mache Peel-de. Soll ich Peel-de-de-machen? Äh, ja, kannst du machen. Okay, drinnen. Ich komme hier, die Wall. Ja. Oh, über mich, über mich, über mich. Okay, dann chill. Gut, get peace. Du musst raus, du musst raus. Oh mein Gott. Alles schön. Ich muss kurz zielen. Ich muss kurz zielen. Nee, ich bin gar nicht chillig. Ja, alles gut. Ich schiebe mich auch. Ey, das sind die besten Spieler, ne? Ich muss kurz zielen. 30. Du kannst mir helfen, ja? Ja, ja, ja. Ganz richtig. Ich komme zu dir, ich komme zu dir einfach. Ein Aura ist one. Ja, nice. In meiner Box, in meiner Box, in meiner Box. Komm her, komm her. Wo ich spiele? Der ist in meiner Box eigentlich. Ich habe, ich habe, ich habe. Kannst du mir kommen? Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Mann, bei mir ist nichts nachgeladen. Oh mein Gott, du bist der Beste. Das war so gut. Das war so gut. Letzter Moment. Ja. Der war kurz vorm Abdrücken, ne? Ich schwöre es dir. Der hat schon R2 gedrückt. Das ist auf die anderen, oder? Der gehört immer von diesem Berg, ne? Dieser Berg ist verflucht, ich sage es dir ehrlich. Okay, das war gar nicht gut, da rauf zu gehen. Nee, nee, warte mal. Ich komme jetzt auch zu dir, aber... Komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch. Wir können heikern. Ich blieb in die Bräume, alles gut. Ich hammer die runter, okay? Okay, mach. Ich spiele die runter. Ja, okay. Bei mir ist meine Wall, ist meine Wall hier. 54. Ich hammer die wieder runter. Mach. Ich bin nur 30. Wo dicke Pum von dem ein? 70 bei dem? Bei dir? Ich muss hier hin, okay? Ja, ja, ja. Chill. Hast du Big? Äh, nee, aber hier ist ein Stilkeck. Du holst es den? Er ist direkt, holen ich mir das? Sag. 100 bei dir, 100? Bro, ich bin tot. Nein. Warum lachst du? Weil es ist gleich immer wie vorher, du Fischkopf. Digger. 60. Ist der Crack, der Aura? Weiß gar nicht. Ja, doch, ist dead. 60 weit. Was ist hinterm Berg? Ich geh hin holen. Hier oben, ganz oben, ganz oben. Da ist der Busch. Da ist der Busch. Ich hab kein Amuses. Dead. Nice. Ganz oben auf dem Berg, wir müssen nach hoch. Wir müssen nach hoch, bevor die uns komplett nerven. Okay, lass da hoch. Okay, komm. Digger. Ich geh hoch nochmal. Oh, mein Gott. Er ist nicht weggehauen, Sanin. Ich bin komplett weg. Ich bin ganz unten. Ich fang wohl meines Lebens auf ihn. Er hat minus 50. Ich jahre ihn. Bro, ich kann alles runterschießen, ne? Er ist schon weg, er ist schon weg. Achso. Aber beide? Wo seid ihr denn? Ah, da. 100. Er hat 1 HP bei mir in der Luft. Der ist 46 White. 44 White. Hä? Er hat dieses Leben da, weißt du? Oh, jajaja. Hast du ihn? Ja, endlich. Okay, Mann. Moin. Ich seh's. Ich geh ihn jetzt so in der Pokor, okay? Ja, ich spray ihn die ganze Zeit. Ich hab Hammer-Bug. Ich würde sagen, morgen mach ich den Ende-Pokor. Ich will die ganze Zeit weiter. Ich kann's eigentlich easy-Wall-Tagen gleich. 100. Weißt du, ich war jetzt? Nice. Ich hab den B-Bug! Bei mir jetzt zwei Leute, bei mir jetzt zwei Leute. Die Hammern, die Hammern hier hinter. Ey, wie geht der Bug weg? Der geht komplett weg. 25. Ey. 30. 40. 60. 50. Hätte geht der Bug weg. Immer noch den Bug. Immer noch den Bug. Und ich will. Ich schwöre. Haaaaaaah. Ich hab die ganze Runde in den Bug, ne? Das kann er nicht ernst meinen. Wirklich nicht. Er ist noch ein Sohn gestorben. Ey. Dieser Bug, das macht mich so aggressiv. Danke. Bitte. GG. Keine Waffe, keine Waffe, keine Waffe. Er schießt auf mich. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Kein Floor-Loot hier. Dead. Nice. Hä? Junge, meine Erste. Du weißt, das war ja Wahnsinn. Ich bin durch fünf Gänge gelaufen. Ich bin einfach gebeamt. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin fast da. Ich bin da. Ich hab keine Mets. Alles gut, alles gut. Bleib einfach da, wo du bist. Erst wollen wir spielen? Jetzt ist er wohl wieder geworden. Mein Gott, dead. Dankeschön, Alvi. Was macht das? Rosentine? Hä? Ich glaub, im Iglu, Iglu, Iglu. Warte, sieg, 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 sieg. Sieg, sieg. Die können wir jetzt richtig verarschen. Lass dich nicht erschrecken, okay? Oh mein Gott, chill. Oh mein Gott, die checkt ja gar nichts. One HP. Der andere ist im Iglu gefangen. Kack. Kack! Kack's nicht! Stray von der Seite. Dead. Nice, check. Komm, lass den die anderen rein. Komm. Können wir viel damage machen. 30. Nice. Stray weiter. Der andere wird hier wahrscheinlich kommen, ja. Fight in den anderen. Stray. Ich bin dead. Was? Guckst du mir? Komm, komm, komm. Ich bin genau bei dir. Komm einfach raus hier. Ich bin chillig. Hast du Greenlife nur? Ich will keine 6 Splashes use. Nee, doch. Ich hab Splashes. Splash einfach. Nur noch einer. Wo ist der? Weißt du das? Nee. Oh mein Gott. Neu ist du wahrscheinlich wieder. Unlucky? Bei mir. Im Busch, im Busch, im Busch. Blau, so bald. 30. 50. Er ist minus 70 overall. One shot. Nice shot. Ich kann nicht machen. War ich hier bei mir? Oh mein Gott, wie er da chillt. Der Arme. Ich krieg einen Slide-Warm-Pump. Komm. Er war in der Drohne. Oh Gott, der tut mir leid. Der Arme. Der Main Team hier irgendwo? Häh? Ich hab den Schild einfach da an der Ecke. Heul, komm. Oder? Nee. Doch, arme. Ja, ok. Aber kein Aim ist es. warum habe ich denn schon wieder kein aim ist es wirklich ich hab nix angefasst ich habe das 3t in der da Einfach! Kein Aim ist es so! Alvi, ich muss in die Zone! Einfach mit dem Bisschen max, maybe? Ja, ja Plus Der wiederkommt zu uns Aura-Fill Ich debüe über dir Aura 1-Pump So gut wie? S1 ist wie Der Aura Nein, nein, nein Bei mir! S1, bei der 1 Aura, Aura tot, Aura tot, Aura tot, Aura tot, Bro Oh nein, S1 ist wie Tut mir leid Alles gut, alles gut, du hast jetzt alles Er ist so lost Er ist so lost, Mann So 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 So